Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch wie man einen super simplen Timer bauen kann und zwar vielleicht auch für Challenges gedacht oder falls ihr irgendeinen PvP Map habt und ihr irgendwas ab 15 Minuten zum Beispiel passieren soll, dann könnt ihr mit diesem Timer sogar ganz leicht arbeiten und ich wollte euch erklären wie dieser Timer mit Scoreboards funktioniert. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt und nichts verpassen wollt, wie gesagt gerne abonnieren, gerne Kommentare schreiben vielleicht wollt ihr irgendein anderes Tutorial für mich sehen und dann kann ich es mal vielleicht umsetzen und dann sehen wir uns direkt beim Tutorial. Ich habe mir schon einen Command Block gegeben und ich befinde mich schon in der Tutorial Welt, die ist komplett neu generiert und ich werde euch hier zeigen wie das Ganze funktioniert. Es ist wie gesagt ganz simpel, aber als allererstes bevor wir die Command Block überhaupt setzen, brauchen wir vier Befehle und zwar müssen wir uns erstmal Objectives, also Scoreboards erstellen. Wie machen wir das? Und zwar brauchen wir erst einmal einen Slice Scoreboard Objectives Add und den nennen wir jetzt einfach Timer, also ihr könnt den jetzt Timer nennen, wie auch immer, ihr könnt ihn auch Challenge Timer nennen. Das ist jetzt der Name von dem ganzen Scoreboard. Und dann müssen wir einfach nur Dummy eingeben und wir haben ihn direkt erstellt. So, jetzt haben wir schon mal ein Objective. Wir brauchen aber jetzt noch drei weitere und zwar können wir dieses Timer jetzt durch Sekunden, Minuten und Stunden ersetzen. Ihr könnt das natürlich auch noch auf Tage setzen, aber ich denke mal das ist jetzt zu viel. Ich mache jetzt einfach nur Sekunden, Minuten und Stunden. Hier, ich werde auch jedes Mal bei den drei Commands immer einzeln kurz euch ein bisschen Zeit lassen zum Abschreiben. Wenn ihr das genauso wie ich machen wollt, ich werde das letzte jetzt nicht cutten. Und zwar schreibe ich jetzt wie gesagt, stelle Minuten jetzt einfach nur Stunden hin. Das ist wie gesagt aber auch nur alles von mir selber jetzt geregelt. Ihr könnt das natürlich auch sonst wie nennen, also je nachdem was ihr jetzt da haben wollt. Aber ich würde euch einfach diese drei Zeiteinheiten auch noch vorschlagen. Wir können natürlich auch noch Ticks benutzen, aber das ist ein bisschen unnötig und brauchen wir auch nicht. So, wir haben jetzt diese drei Objectives geedit. Ihr seht aber jetzt rechts noch gar nichts, das ist normal. Und zwar brauchen wir jetzt einen anderen Kommand, und zwar Objectives und zwar SetDisplay, richtig. Das war das, was ich gesucht habe. SetDisplay, dann machen wir die Sidebar. Ihr könnt das natürlich auch in der Liste euch anzeigen lassen. Aber ich denke mal Sidebar rechts ist immer am praktischen. Und dann einfach Timer und dann könnt ihr das schon machen. Und ihr seht jetzt einen ganz kleinen rechts Timer. Ich habe die GUI für euch ein bisschen kleiner gemacht, damit ich so ein Video besser zeigen kann. Ihr seht, ich habe jetzt rechts schon die Minuten und die Sekunden reingetan. Ich habe auch den Sinn vergessen aufzunehmen. Ich bin lost. Auf jeden Fall zeige ich euch, wie man das mit den Stunden machen kann. Also wir hatten ja am Anfang vor dem Schnitt noch Timer und da stand gar nichts mehr. Da stand keine Minuten 0 und keine Sekunden 0. Wie machen wir das, dass wir jetzt Minuten, Sekunden und am besten auch noch Stunden vielleicht noch stehen? Und das geht mit einem ganz simplen Command und zwar diesen hier. Einmal scoreboard, also slash scoreboard players add Sekunden Timer 0. Dasselbe gibt es dann nochmal mit Minuten Timer 0. Wie gesagt, hier einmal einfach Minuten hinschreiben Timer 0. Dann addet ihr Minuten. Und ich habe jetzt noch keine Stunden da, deswegen schreiben wir jetzt Stunden hin. Wenn wir jetzt das hier eingeben, dann seht ihr jetzt haben wir Minuten 0, Sekunden 0 und Stunden 0. Und damit können wir dann direkt gleich schon mit den ganzen Commands anfangen. Wir geben uns direkt einen Command Block und wichtig ist, setzt diese Commands bitte in einer Reihe. Und zwar diese Pfeile, die zeigen es ja eh an, in welche Richtung die jetzt anzeigen oder weiterführen. Wenn die in einer Reihe zeigen, ist das kein Ding. Wie gesagt, ihr setzt die einfach nur mit Sneaken und einfach irgendwie dann platzieren in einer Reihe. Das ist wichtig. Ich mache die jetzt einfach nach oben, weil die einfach nach oben am leichtesten zum Bauen sind oder zum Zeigen sind. Und ihr könnt diesen ersten Command auch direkt schon auf Wiederholen setzen. Und wichtig ist die Tick-Verzögerung, bitte auf 20 ändern. Ganz einfach, das ist der erste Schritt. Denn 20 Ticks entsprechen einer Real-Life-Sekunde oder einer echten Sekunde. Und wir wollen in Sekunden, denke ich mal, arbeiten. Ihr könnt natürlich aber auch irgendeine eigene Zeiteinheit kreieren. Oder direkt auch in Ticks arbeiten. Und sozusagen Minecraft-Tage dann oder Uhrzeiten displayen. Aber wir wollen die normale Zeit nehmen, also wirklich die normale Real-Life-Sekunde. Deshalb können wir mit dem ersten Command auch beginnen, der dann uns eine Sekunde dazu gibt. Und der lautet Scoreboard Players Add. Und dann einmal Sekunden Timer. Timer ist ja der Name oder die Überschrift dieses Scoreboards. Und da adden wir uns 1. Also wir wollen ja immer eine Sekunde gezählt haben. Ihr könnt natürlich auch die Sekundenzahlen verdreifachen, dass immer 3, 6, 9 und so weiter gezählt wird. Aber damit könnt ihr einfach ganz easy euch eine 1 adden. Und da wird jetzt auch nichts passieren, da ich das absichtlich auf benötigt Redzone gestellt habe. Damit könnt ihr nämlich, wie gesagt, den Timer auch stoppen und starten. Ihr könnt dazu natürlich, wie gesagt, auch noch irgendwie mit anderen Command-Blöcken dann Redzone-Blöcke hier platzieren. Und dadurch den Timer starten. Wie gesagt, durch diesen Timer kann man ganz viele verschiedene mögliche Minispiele steuern. Ihr könnt wieder auch testen, wie viele Sekunden ihr gehabt habt. Und das kommt auch gleich jetzt. Und zwar brauchen wir jetzt, ups, einen Command-Block, der drüber geht. Und ganz wichtig ist, die nächsten Commands, die ich euch jetzt alle zeige, sind immer auf verkettet und immer bedingt. Und immer aktiv, das ist das nächste. Das sind immer solche Grün mit diesem Pfeil da. Es gibt noch diese anderen Grün mit diesem Pfeil. Das ist falsch, aber auch mit diesem Pfeil. Und da testen wir jetzt, ob wir jetzt 60 Sekunden haben. Das ist jetzt die Sache, was ich gesagt habe vorhin. Wir testen jetzt mit diesem Command hier, Test, Sekunden, Timer, von 60 testen wir auf 60. Das müsst ihr genauso dumm schreiben. Wir können nicht einfach nur 60 schreiben. Ich weiß nicht warum. Das sind aber die Commands auf der Battle Edition. Und ja, damit testet ihr sozusagen jetzt, ob die Sekunden sich in 60 bis 60 befinden. Also wieder genau 60. Und wenn die 60 erreicht sind, das ist wichtig, deswegen ist dieser Command auch bedingt, dann kommt ein weiterer Command. Und zwar, der löscht dann unsere Sekunden wieder auf 0 oder setzt sie auf 0. Und zwar geht der Command so, Set, Sekunden, Timer, auf 0. Das ist wichtig, damit wir wieder 0 Sekunden haben, dass es einfach nicht dann auf 61, 62 weiterläuft. Das ist ganz wichtig, denn den Command braucht ihr. Und auch auf Bedingtstellen. Das ist ganz wichtig, ihr müsst ja mal hinschauen. Die setzen sich, glaube ich, nicht automatisch schön aus. Ihr klickt die mit Mausrad und Steuerung an. Ich glaube auf dem PC, das geht ganz easy dann. Dann bleiben die gleich, da könnt ihr auch den Inhalt kopieren. Das kann ich hier auf der Konsole leider nicht machen. Aber wir schreiben es ja nochmal easy hier hin. Und jetzt, nachdem wir das getestet haben, oder wir haben es jetzt getestet, und wir resetten jetzt auch die Sekunden, wollen wir jetzt eine Minute bekommen. Das geht ganz easy mit Scoreboard, Players und wieder Add. Jetzt brauchen wir eine Minute und Timer 1. So, und das ist ganz easy. Wieder auf Bedingt setzen. Und wir können das jetzt sogar schon laufen lassen, mache ich es aber noch nicht. Ich mache das jetzt bis zu den Stunden. Ihr könnt, wie gesagt, damit Stunden, ihr könnt dann Tage und Wochen, alles mögliche machen. Genau, wir haben jetzt eine Minute geendet und wir wollen jetzt wieder die Minuten testen. Und der Command, wie gesagt, ist ganz simpel, einfach nur Scoreboard, Players, Test. Dann müssen wir Minuten hinschreiben, Timer, das ist wieder die Überschrift einfach nur. Und dann 60, 60, weil die Minuten ja bis 60 gehen. Und den wieder auf Bedingt setzen. Dann können wir den wieder kopieren. Wir geben uns jetzt, wir haben jetzt getestet, ob wir 60 Minuten haben. Und wenn wir die 60 Minuten erfüllt haben, kommt ein Command, der das Ganze wieder auf 0 setzt. Genau, Minuten, Timer 0, Bedingungslos. Und dann können wir uns eine Stunde adden. Genau, ich habe nochmal nachgeschaut, dass ich nicht falsch liege. Und der letzte Command lautet dann einfach nur Scoreboard Players at Stunden Timer 1. Ganz easy, wieder auf Bedingt. Und das war es. Jetzt können wir, wie gesagt, bis zu den Stunden zählen. Wenn ihr nach den Stunden nochmal die Test-Commands und die Set-Commands setzt, dann könnt ihr auch noch Tage daraus machen, Wochen, wie auch immer. Ihr müsst, wie gesagt, nur sicher gehen, dass dann von Stunden aus 24 steht und nicht mehr 60, wie das. Das, ich glaube, in dem Command hier steht, genau, da steht ja 60, weil wir ja 60 Sekunden haben. Und wir können, wie gesagt, jetzt auch diesen Command starten. Ihr könnt diesen Wetzernblock ja auch per Command setzen. Also ihr könnt mit einem NPC dann auch den Timer starten. Wir haben jetzt diesen Command gestartet. Und ihr seht, im Chat wird dauerhaft etwas angezeigt. Und ich denke mal, das wollt ihr alle nicht haben. Und das können wir ganz easy umgehen. Und zwar muss ich jetzt kurz den Command suchen. Ich habe hier sehr, sehr viele Commands. Und zwar genau das hier. GameRule, CommandBlockOutput, False. Wenn ihr das hier eingebt, dann kommt nie wieder mehr so eine Chat-Nachricht vom Command. Und das hört auf zu spammen. Das ist ziemlich praktisch. Und ihr seht auch, meine Sekunden werden jetzt nach vorne gezählt. Und das würde auch komplett funktionieren. Bis zu einer Stunde. Ihr könnt in den ersten Command hier reinschauen. Da steht ja immer dann, eine Sekunde wird hinzugefügt. Neu, 31. Das ist jetzt die jetzige Zeit. Dann wird hier getestet, ob das zwischen 60 und 60 liegt. Der CommandBlock sagt sogar, dass es gerade nicht zwischen 60 und 60 liegt. Deswegen warten wir jetzt, bis es auf 60 springt. Wir befinden uns im Final Countdown. Noch drei Sekunden, zwei, eins. Und wir haben jetzt eine Minute. Das ist immer so, dass die durcheinander springen. Die ganzen, rechts vom Scoreboard, die ganzen Namen. Wie gesagt, die Sekunden sind jetzt immer oben. Oder die größte Zahl wird jetzt immer oben angezeigt. Das kann man leider jetzt nicht nach Sekunden, Minuten und Stunden sortieren. Das ist leider immer vom Spiel selber sortiert. Das geht, glaube ich, nicht meines Erachtens. Aber ich denke mal, das ist auch egal. Hauptsache, ihr wisst, eine Minute und 20 Sekunden sind wir jetzt in der Welt. Oder seitdem läuft jetzt schon dieser Command. Wenn wir jetzt da reinschauen, sehen wir, die Sekunden wurden auf 0 gesetzt. Das ist die letzte Ausgabe. Genau, jetzt haben wir eine Minute. Und der drüber testet jetzt, ob wir jetzt 60 Minuten haben. Und das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Deswegen passiert da jetzt noch gar nichts. Wenn wir jetzt aber 60 Minuten hätten, dann wäre jetzt eine Stunde, würden die 60 Minuten, wie gesagt, gelöscht werden durch 0. Und wir hätten eine Stunde dazubekommen von dem obersten Command-Block. Und das Ganze war es auch vom Tutorial. Und das war es vom Video. Ihr habt schon gesehen, das ist an sich relativ easy. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr leichter Command. Es ist einfach nur Verständnis, was halt wahrscheinlich den meisten Leuten fehlt, wenn die da Probleme haben. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit erklären. Wie gesagt, das ist einfach nur eine ganz easy Setzmechanik. Ihr setzt einfach nur die Zeit dann einfach zurück und addet einfach eine Minute oder sowas. Und an sich ist es ziemlich praktisch. Wie gesagt, ihr könnt das für Minigames benutzen, für PvP-Server, alles Mögliche, wo ihr Timer habt. Oder vielleicht habt ihr auch Challenges, wo ihr wissen wollt, wie lange ihr gebraucht habt. Dann könnt ihr das damit auch machen. Und wenn euch weitere Videos noch von mir interessieren, würde ich gerne einfach abonnieren und die Logitech aktivieren. Und dann verpasst ihr auch nichts. Und ich würde mich gerne über Bewertungen freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020